Was ist das hier? Warnsignal brauchen wir nicht. Warnlicht brauchen wir auch nicht. Aber wir können mal hier einmal... Oh, 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 oh. Was ist denn hier los? Mutbremse. Ach, shit. Uchi. Uchi, ich glaube, wir haben die Haltestelle ein wenig übersehen. Ja, okay, hier kann man... Die machen ja wirklich sehr viel Werbung in eigener Sache. Steam, PS4 und Xbox One. Ja, das ist ja natürlich sehr schön. Toll. Also, bei Ruhe soll ich also doch halten, oder was? Okay. Ich würde mal hier... Versuchen, imperialmetrisch. Es stehen drei Züge bereit, die Sie übernehmen können. Sie haben jeweils zunehmend längere Strecken zurückzulegen. Für welchen Zug entscheiden Sie sich? Ähm... Ach so, das steht ja auch nochmal. Ein 14, 17-minütiger Zug auf 10... Eine Stunde fahren wir da genau. Eine Stunde? Nee. Wir nehmen mal jetzt hier den 14er. Wie komme ich denn da rüber? Wie komme ich denn da hin? Bestimmt hier lang. Ja. Hier lang. Sicherheitssignal ist hinzugefügt. Hm. Wo ist denn jetzt der Zug? Ah, hier wahrscheinlich. Es geht gleich los, es geht gleich los. Kann ich hier eigentlich auch hier zwischen irgendwie einsteigen? Oh, cool. Okay, das ist auf alle Fälle schon mal sehr interessant. Ja. Jetzt können wir hier schön sitzen. Aber... Irgendwer fährt den Zug hier schon. So. Sehr schön. Hä, gefällt mir. Das ist ja eigentlich schon irgendwer dringend. Fahrkarten kontrollieren, gibt es sowas hier. Hier sitzt keiner dringend. Das ist ja eigentlich schon wieder irgendjemand. Nö. Beim anderen Zug saß da irgendjemand drauf. So. Also. Dieser Bummler fährt nach Heiß und Harlington und bedient jede Station. Bereiten Sie den Zug für die Abfahrt vor. Sie werden gleich losfahren müssen. Okay. Also. Schlüssel. Vorwärts. Neutral. Okay. In dem Motor. Tag. So. Jetzt können wir jetzt ein Fahrgäste hier einsteigen. Und jetzt warten wir jetzt einfach ein wenig ab. Oh. Cool. Bitte zumachen. Aber wie kann ich hier aufstehen? Ich würde mal wirklich interessieren, ob ich hier aufstehen kann. Doch. Oh. Wollen wir uns auf einmal klappt das. Liebe Fahrgäste. Ja. Oh. Punkt 9.45. Aber geht's hier los? Schon irgendwie ein bisschen hier was los? Nö. Na gut. Auch nicht schlecht ist. Dann kannst du hier schon stehen. Kannst du gucken, ob alle eingestiegen sind. Wenn sie nicht eingestiegen sind. Oder respektive. Wenn sie alle eingestiegen sind. Dann. Sehr geehrte Fahrgäste. Zurückbleiben bitte. Dann würde ich mal sagen, vorwärts. Und dann geht's aber auch schon los. Ohne wenn und aber. Da steht irgendwas von einsteigen lassen, Tür entriegeln. Ist mir aber auch jetzt ein Anleiher, weil jetzt viel mit einsteigen ist hier auch nicht mehr. Ah. Okay. Wir müssen jetzt hier so ein bisschen aufpassen. Okay. Kriegen wir schon alles hin? Alle Signale. Ist eigentlich wie im Straßenverkehr. Rot, gelb, grün. Uschi hat mir bloß nicht so richtig gesagt, dass ich da irgendwie genau halten muss. Was verständlich natürlich ist, dass man da halten muss. Aber nicht jeder fährt Zug. Also. Mal ganz ehrlich. So. Jetzt fangen wir halt ein bisschen nach vorne an. Und dann müssen wir halt warten. Gut. Ja. Hätten wir die Fahrgäste da schon. Hätten wir noch mitnehmen können. Aber ist auch egal. Können wir jetzt noch eine rauchen gehen, oder was? Oh man kommt ja hier sogar bis zum. Der bekloppteste Bahnfahrer, den es eigentlich jetzt hier gibt. Wie komme ich hier wieder rauf? Hallo? 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 Wie lange noch? Was ist das hier? ganzen beleuchtungen ist jetzt normales system bleiben muss dann kann ich mich auch hinsetzen dann kann ein kollege hier fahren ich weiß es nicht oder hätten wir mit den kollegen erfahren soll ach man was ist jetzt hier los warum stehen wir jetzt also wahrscheinlich doch noch mal hier irgendwie die leute rauslassen auch hier sie müssen tatsächlich in der zeit spannend die leute dringen lassen wachsignal ok aber für stellen sie okay ja aber dafür musst du erst mal hier grün sein oder so kann ich jetzt hier gerne machen ok ja jetzt geht's ab machen wir mal jetzt hier volle pulle ok da gibt es wirklich viel zu beachten die fahrgäste muss ich also quasi wirklich alle einsteigen lassen ich kann nicht einfach so die tür vorher zu machen wie vielleicht noch ein bus und das leuchtet mir in so ein bisschen ein ein bisschen schub war und jetzt wie gesagt auf die signale achten jetzt ist alles noch grün bei gelb weiß nicht kann ich erscheinend auch durch fahren bei rot muss ich anhalten so joa ist halt ein bisschen komplexer das generell das fahren das bedienen aber immerhin müssen wir keine fahrgarten verkaufen das kommt ja schon mal zu gute soll jetzt muss man ein bisschen darauf achten was mir denn so die nächsten signale zeigen immer mal hier so ein bisschen runter leerlauf hier ist noch geäbter kann ich durchfahren und der nächste da ist denn schon so ein bisschen so bremse aber jetzt gehen wir hier so ein bisschen so bremse 1 ok also volle leistung ist hat alles auch gut gemacht jetzt sagt vor leistung wir können auch sogar die notbremse ziehen ach so jetzt können wir hier wieder losfahren zack 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 volle leistung ok darauf müssen wir also auch ein bisschen achten weiß nicht ob da jetzt so diese 80 meinen da ist wahrscheinlich 80 meinen erlaubt würde ich jetzt mal meinen in dem bereich soll ich jetzt nicht großartig überschreiten an einem ort anhalten wie spät haben wir es denn doch da bei einer mitte ok das sind sechs minuten ungefähr dauern sollen wir da sein währenddessen nochmals auf die signale achten gelb ist hier gerade können wir durchfahren so unter der geschwindigkeit soll ich bleiben dann kriegt auch so ein paar erfolgspunkte oder erfahrungspunkte ja gut weiß jetzt nicht ob ich jetzt bis 85 überhaupt hier kommen könnte was ist denn bremse halten keine ahnung passiert hier irgendwas wenn ich bremse halten nö auf die signale muss ich auf alle fälle achten das wird mir jetzt gerade immer so ein bisschen bewusst wenn ich mich hier so ein bisschen umblicken möchte und gucken möchte und ausprobieren und rumspielen möchte ich muss schon auf die signale achten wir können natürlich schlagartig so ein bisschen ändern ja scheinbücher und sehr schön kann ich hier auch ausschalten nein was war das das war nicht gut jetzt muss ich so ein bisschen aufpassen leerlauf das ist aber die erste bremse gucken wie die zieht die zieht nicht gut zweite bremse die zieht schon ein bisschen besser oh jetzt können wir wieder gas geben volle kann er so wie krieg ich jetzt hier den scheibenwischer aus ah ok mist hier bewegt sich irgendwas da 100 maximum aus ah ok haben wir es auch geschafft was das hier warnsignal brauchen wir nicht warnlicht brauchen wir auch nicht aber wir können mal hier einmal was ist hier los mutbremse ach shit wuschi wuschi ich glaube wir haben die haltestelle ein wenig übersehen oh fuck liebe Fahrgäste haben wir auch Fahrgäste hier drin oh wie geil ist das denn wusste ich jetzt nicht das ist ja cool ach verdammte Scheiße vorwärts hm ah shit kriegen wir auch viel hin also ich glaube zumal wenn ich natürlich jetzt hier an der anderen Stelle alles aus machen sollte dann boah bin ich gut bin ich gut ey so also äh nein Tür nicht Fahrersitz so wir machen jetzt hier einfach mal alles nicht Notbremse machen wir einfach mal hier auf Leerlauf so würde man sagen wir schalten jetzt hier einfach alles aus oh ja es klappt es klappt es klappt es klappt es klappt wir schaffen das wir schaffen das wir rollen wir rollen wir rollen Türen auf rollen wir immer noch wir rollen immer noch sehr gut ja 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 oh Mission Impossible Train so haben wir geschafft sehr schön wie gesagt jetzt nicht so optimal aber eine Riesenverspätung haben wir eigentlich auch nicht 9 Uhr 57 Teilnehmer hier mal ein bisschen Vollgas 9 Uhr 57 auf die Sekunde aber genau ne 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 warum bremsen wir jetzt hier nicht jetzt so scheiße wir machen jetzt hier einfach mal eine kacken Notbremsung ok das war gut so keine Ahnung weil nicht hier irgendwo ein Scheiter gewesen ach hier aus so Schlüssel hier irgendwie ziehen ach Türsteuerung ja ähm ein Augenblick ach verdammt hier auch hier raus na klar ich kann hier alles so wollt ihr eigentlich einsteigen ein Augenblick ein Augenblick ein Augenblick so der Schaffner ist da so liebe Fahrgäste aber steigt hier auch irgendjemand dazu hey heute ist kostenloses Fahren angesagt ihr könnt gerne einsteigen einsteigen gibt warme Würstchen Kaffee Sandwiches für wen fahre ich hier eigentlich für wen fahre ich hier eigentlich oh scheiße nee oder komme ich jetzt hier irgendwie wieder raus ach verdammt nicht dein Ernst nicht dein Ernst kann ich nicht springen nee dann komme ich hier wieder hoch das ist schon mal gut Fahrgäste einsteigen lassen die Zeit haben wir jetzt auch geschafft Tür verriegeln Vorsicht die denken auch so oh nee ich bin nicht so bescheuert ich stecke in diesen Zug mit dem Typ gut an den halten wir jetzt auch an aber ist auch mal ganz schön zu sehen dass wir hier bestimmte Pläne haben wann wir wo sein sollen Richtung Sender Bremse okay Ort anhalten Fahrgäste aussteigen lassen ja gut ähm haben wir jetzt hier alle zugemacht dann kommen wir hier ganz gerne auf vorwärts und dann geht es auch schon los hoffe ich mal ähm nein das wollte ich jetzt hier nicht machen ich glaube irgendwas ist falsch aber hier ist sowieso niemand eingestiegen von daher jetzt ist uns aber hier ein bisschen beeilen so also aus ah jetzt geht's ab so wir machen jetzt hier einfach mal Richtung Sender neutral und dann fahren wir jetzt hier unbemannt wir mussten es von außen aussehen wie ich hier durch den Suki renne also ein Glück bin ich jetzt hier nicht mein eigener Fahrgast kotzen so die müssen wir aber hier zu machen ein bisschen Privatsphäre und ja ein bisschen holprig der erste halt er muss ja wirklich wahnsinnig aufpassen wenn wir mal hier volle Leistung fahren wahnsinnig aufpassen da hinten sehen wir unser Ziel 1,3 Meilen 1,2 Meilen gleich ähm da darf ich natürlich denn nicht zu spät bremsen mal so ein bisschen gucken und herausfiltern wann wir denn hier genau abbremsen müssen ein Augenblick ich bin aber der Meinung warum hat er das nicht gemacht Maßeinheit ok anlegen so ah jetzt haben wir es ok mal Meter jetzt umgestellt und ja mal halt so ein bisschen gucken ab welcher Strecke ich hier anbremsen muss oder wirklich abbremsen muss um zum Stehen zu kommen das wäre auch relativ wichtig 129 kmh ah ok so Licht nächstes Lichtsignal ist ein Kilometer entfernt und es müsste eigentlich auch schon das Lichtsignal sein am Bahnhof Lichtsignal da ist schon einfach das Signal am Bahnhof und ja gucken wird jetzt mal gleich jetzt wahrscheinlich bei 700 anfangen ein wenig runter zu gehen wenn your lonely heart has learned its lesson you'd be hers if only she would call in the wee small hours of the morning we 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 Untertitelung des ZDF, 2020